Das geht doch mal aus dem Bild, Benedikt. Ich wollte nur Action machen. Hallo, ich bin Nils vom Team Raspark Schulenberg. Wir sind hier in Ilmenau für den AXS Daumel Cup und die Deutsche Meisterschaft. Heute am Freitag ist Trackwalk und frei ist Training. Das ist super hoch! Bis gleich! Bis zum nächsten Mal!